Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games! Hallo und herzlich willkommen zu Real Green Tower Games! Ach, das hatten wir schon mal, ne? Ähm, ich bin Gotenis, neben mir ist Johannes Brot. Ich heiße nicht Johannes Brot. Wir spielen Mario Kart Double Dash und haben ja letztes Mal rausgefunden, dass wir den Spezialkup ja schon längst haben und äh, machen den jetzt erstmal, im 100er Modus. Und hier haben wir Gold, hier haben wir Gold, hier haben wir Gold. Oh, das erwärmt dann doch gleich das Herz, oder? Nein. Oh, nun komme ich zum Spezialkup! Guck mal, das Wario GP sieht aus wie das Wrigleys-Zeichen. Wer ist Wrigley? Die sind Kaugummis. Kaugummis? So grünen Kaugummis. Hä, aber den Scheife! Äh... It's true, bitch, it's true! Toll, ich hab natürlich einen schweren, ne? Denn das Gute, das ist es 100er, darum können wir uns noch betteln. Vielleicht werden wir wieder Gleichstand haben, so wie beim letzten Mal. Vielleicht... Das war nur, weil wir beide leicht waren. Vielleicht werde ich Johannes Brot auch einfach nur töten. Huh! Ich muss hier landen! Also Schwere sind echt zum Kurzen Alter wie rasant das ist hier So ein rasanter Speed Bist du da runtergefallen? Ja, weil ich so rasanter Speed hatte Hast du Alkohol im Blut? Ja, das auch Aber das ist ja eine andere Geschichte Och man, ich wollte sie so gerne hören Großvater, erzähl sie doch Großvater, Großvater Der Hund ist krank So, der Bastard ist Geschichte Hä? Was ist das denn? Ein Bastard ist so eine Beleidigung Das heißt, ist eigentlich für Hunde Eigentlich für Hunde, willst du mich eigentlich kidden? Ich sehe dich da unten, hallo Ja, und jetzt sehe ich was, was du gleich ausmacht kriegst Was? Nein Ich habe das richtig gefunden Nein Geil Geil Spastian Also an sowas kann ich mich richtig ergotzen Hilfe Da wird der Scooby ganz aufgeregt Unser Meerschweinchen Das kriegst du zurück Pavian Popo Pavian Popo Ich habe einen irren Blick drauf gerade Ich bin voll gegen die Wand gefahren Ah Wegen dem irren Blick bin ich auch gegen die Wand gefahren Ich werfe meine Bomben immer von der Stage Ich sehe dich da unten, hallo Diesmal so nichts entgegenzusetzen, ne? Puffa Äh, was ist das hier? Ich krieg gar nichts hin Ich bin so richtig geschleckt heute Ich bin nur ein Pinballgut Pinball Ah, Hilfe Ah Ah Was soll das? Ich soll einfach mal, wenn du sowas sagst, was ich sage und wiederholst und dann sagst du und dann sagst du es Oh nein Nein, du Kanal Nein, du Kanal Das habe ich hier noch nie gesagt Oh Mann, du Kanal Alter Ich dachte, ich fahre hier nie runter Das ist nur, weil ich mich schwer anhab Ich bin schon zweimal runtergefallen Das ist ganz schön schlecht Ja, ich bin richtig schlecht heute Was macht der Hund da? Oh, das war Stern Ich dachte, ich fahre Bananah In Pijana Hey, Bananah Hey, Bananah Hey, Bananah Hey, Lois Noo Was machst du für gereist, ey Ich war gerade so Adrenalin, ey Alter, ey Oh Gott, was mache ich denn hier? Das ist die letzte Runde, ich war erst Ich hab, ich hab sie doch zurückgebracht Ich hab sie doch zurückgebracht Ich werde dich noch überholen Nein, komm schon Warum bin ich hier? Das kriegst du Und das kriegst du Nein, du Kummel Ja, nein, ich habe dich noch getroffen Aber ich habe dich getroffen Mann, du habe ich schlecht mit dem Johannesbrot, nimm den Mixer aus dem Mund Hast den auf wieder auf Stufe 3 gestellt, ne? Ich weiß nicht mal, was ich zu antworten tun Doch Aber guck mal, wie schlecht wir sind Wir müssen die töten da Ja Egal, wir betteln uns trotzdem Sag Schafott Sag Schafott Manchmal gibt es so Sachen, ne? Oh Mann, ist mein Stift wieder Stift Du hast mir deinem kleinen Pummel gesagt Ich hab kein Alten gekriegt Oh, ich hör auf Ja, ihr liebes Publikum Imaginäres Publikum Ich hab jetzt ja auch mal immer So, wenn wir irgendwelche Zitate gesagt haben Da einfach so Ausschnitte Zum Beispiel Zum Beispiel Ein Bingo Oder so, ne? Ist das schön? Wetten, deswegen kriegen wir wieder einen Bann? Gar nicht Atto fand das jedenfalls gut Und das ist doch schön Denn sie ist schließlich 100% unserer Zuschauer Wir nutzen originalen Filmszenen Kleiner Scherz Aber wir benutzen Copy-Fry 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 Freie Musik Ja, die war richtig gut, oder? Die hab ich selbst gemacht Mit EJ Ein cooles Programm Die aber scheiße war Ja, die war auch scheiße Aber das tut doch jetzt nicht zur Sache Äh, doch Alter, da! Fick dich! Wer ist das? Wer schießt mich ab? Mir rote Panzer! Ja, aber die Folge mit Hans Lander Wurde nicht Gesperrt Dafür aber die mit Beatles So Wer Hans wer? Alter, jetzt mich verarschen Äh, das ist ein großes Ei Wer ist Hans Lander? Kannst du gleich fragen Wer ist Barack Obama? Wer ist Hans Lander? Oh Gott, ey Soll ich den Menschen reden? Ey, wer kennt denn bitte Hans Lander? Jeder kennt den! Oh Mann, jetzt bin ich da runtergefallen! Alter, bin ich noch nie runtergefallen! Das Wasser sieht voll Cartoon-mäßig aus, oder? Vielleicht Weil das ganze Spiel Cartoon-mäßig aussieht? Nein Kann man eigentlich gegen den Kopf von diesem Dino fahren? Oder weiche ich dem immer aus Spaß aus? Äh, probier doch mal aus! Alter, ich bin grad so gut Die Endorphine sind freigesetzt Hör dich mal diesen Spaß hier an, da ist so viel Kacke da, Mann Ih, ich hab doch grad so Augen gesehen Guck Guck Wirklich, da waren Augen In der Palme Da, wenn du jetzt gleich lang fährst Alter, wo bist du denn erst? Du siehst du Aua Hä, willst du mich verarschen? Du weißt nicht, dass die Palmen Gesichter haben? Willst du mich jetzt echt verarschen? Nico, Nico, du hast ein großes Ei! Und du verarschst mich, dass ich ein großes Ei sehe? Oh mein Gott! Ja, weil sonst siehst du das ja nicht, wenn du in deine Hose guckst Aaaaaaah 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 Das ist echt nicht so gut Ich hasse diese Steuerung Wollen wir 64 spielen? Was hast du denn jetzt für eine Steuerung? Ja, ich hasse die nicht plötzlich, sie ist schon gemacht Doch, ey Guck mal ab! Ich hab mich daran angefangen Was ist denn, du hast deine Darin jetzt plötzlich wieder hassenswert? Weiß nicht, ich kann's einfach nicht richtig steuern Das ist alles die ganze Zeit auf Glück und so Oh, Entschuldigung Jetzt willst du mich hier auch noch sabotieren? Ah Johannesbrot findet immer was Neues Ah Luigi! Alter, bist du ein Siebter geworden? Alter, halt die Fresse Unit Control Ah Was? Was hat die gerade gesagt? Sie hat gesagt Aaaaaaah Balabababababab Alter, das Meshmechen hat irgendwelche Probleme Ich hab dir selbst mit dem Control-Stick weh getan Entschuldigung Alter, alle selben Punktzahlen Außer ich Wie auf 1516 Vier Ja? Ich hab vier, ja Cool Zwei Zahlen find ich los Ach Gott Hier bash ich dir so in die Phrase Oh nein Noch so ein schönes Level Alter, 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 Alter Ich kenn das Oh, wie schön Ja, vielleicht ist das ne Spezialkap Vielleicht daran mal gedacht Deswegen EAT THIS DICKER EAT THIS Ja, schieß doch Schieß doch den ersten ab Warum wartest du bis ich dich überhole? Nee, mach ich nicht Jetzt hab ich kein Item gekriegt Du Poster Ich schieß doch jetzt hier nicht Dann geht er gegen die Wand Ja, gute Ausrede Guck mal, du kannst driften Als würd ich auf dich warten, ey Ich kann bei diesem Spiel nicht mehr driften Als wärst du es wert, meinen roten Panzer an dich zu verschwenden Als wärst du es wert, meinen roten Panzer an dich zu verschwenden Was war das nicht richtig? Nein Hier, Brutsono Fick dich, du fickende Ficksau Fick dich, du fickende Ficksau Jetzt kriegst du sowas von zurück Sooo was Zerbröselt der Keks nun mal Und das war's für heute Und so zerbröselt der Keks nun mal Und so zerbröselt Aha, aha Der Keks nun mal Aha, aha Geil, oder? Hättest du nicht gedacht Das ist sowas Hast du voll geil über mich rübergeworfen, ey Und jetzt hast du mich auch noch gerettet Weil sonst wär ich runtergefallen Ach du warst das, hier Alter Börderbibi Du hast das gemacht, du blödes Arschloch Fickst du Arschloch Hä? Alter, fickt euch doch Warum? Weil ich da irgendwie rumgebubbelt bin Und dann bin ich immer Genau da auf den Boden gekommen Wo nicht diese scheiß Speeddinger sind Und deswegen bin ich da nicht rübergekommen Rumgebubbelt Ach Gott, halt die Fresse Aaaaah Aaaaah Fick doch dieses Spiel, ey Aaaaah Oh, ich hab mich selbst getötet Oh doch nicht Aaaaah Fick dich, wer auch immer du da bist Aaaaah Genau Wer fliegt in eine Luft mit Pistner Pumpte Mit Pumpte? Wie heißen die denn? Aaaaah Hör auf Ich Die glauben das Jetzt schriftlich in die falsche Richtung Aaaaah Oh, das ist mir auch schon mal passiert Damals auf Gran Canaria Oh, jetzt hab ich kein Adam gekriegt Mann, ich boh mal ein Unit Nooo Halt du Kanse Du hast es noch hoch gemacht Was? Alter Du laberst immer noch vollkommen Dreck Hoffentlich, äh, Gott sei Dank Aaaaah Hoffentlich, äh, Gott sei Dank Das ist nicht die letzte Runde Und das die letzte Runde wäre Da hätte ich einen kleinen Bär In meiner Tasche Gingen singen HÄH Alter, Fick dich doch Ich werfe einen roten Panzer Einen roten Und ich treffe mich selbst Und du guckst mich ihn auch noch so hässlich an Weil du ein Item in der Hand hast Was soll das denn mit dem Item zu tun? Ja, dass man das Bosse sich dann umdreht Und nach hinten guckt Du fetteres Stück Scheiße Ich lass mich hier grad schuld Oh, Mann Ich muss Erster werden Tschüss, Carambrero Hau ab, ey Das lass ich dich nie mehr in die Kombuse Weißt du, ich hau ihn noch mit dem roten Panzer Und dann überholst du mich, ne? Alter, er nimmt mir das Item weg Oh Gott, ich hab keinen Bock mehr Er hat mir das Item weggenommen Oh Hau ab, ey Alter, du Kanal Alter, ich krieg keinen Item Ich hasse das hier so Toll, ey Wir haben's nicht geschafft Ah ne, es ist hier noch eine Runde Wenn ich da Erster werde, schaff ich's vielleicht Oh, Gottes Willen Ah, nein Ich glaub ich hab ihn runter geworfen Wen? Diesen Wichser Ja, hoffentlich den Ersten Nein, den Ersten doch nicht Oh Mann Wärst du wenigstens Erster Komm schon, roter Panzer Oh Mann Hier Das muss doch klappen Ja Noch vierter geworden Ich glaub wir müssen das nochmal machen, du Da kotzt irgendwer Da kotzt irgendwer Hast du gehört? Es war grad gar kein Sun und er sagt Ey, da kotzt irgendwer Ach, das war wahrscheinlich Tobi Hör auf, du hast jetzt versaut Hä? Hätte man viel besser, wenn er zählen kann Halt die Fresse Guck mal, kann man das überhaupt noch schaffen? Aaaaaaah Ich weiß es nicht Ja, das war so Alter, die Fresse Dann boxt ich dich gleich Was? Dann geb ich dir ne Schelle Warte, warum krieg ich keinen Tobi-Tops? Guck, nochmal Was? Wadaptidi-Babu-Babi Oh Mann, dieses Dash Alter, wie soll man denn um die Kurve kommen, ey? Boah Hat doch der Teufel erfunden So ein Teufelsspiel Wer hat das Spiel erfunden? Der Teufel persönlich? Nichts persönlich Ah mein Hallo Moin Hat ich? Was? Moin Hast du es gesehen? Nein, nein Aaaaah Aaaaah Aaaaaah Ach, du schreie nicht so So, das hat mein ganzes Gefühl gesagt Ja, das erklärst du Das kann ich nicht erklären Ich glaube ich hatte GobT Mode an Nein, wer heißt das Ghost Mode Dings so? Nananana Nanana Ja, ich bin Ja, ja, ja. Hier. Warum bist du nicht reingefahren? Was? Oh! Hab ich den dadurch abgehängt? Ja. Oh, ich habe kein Alten bekommen. Aua. War das ich? Ja. War das ich? Gänselbad im... War das ich? War das mich oder was? Nein. War ich das, heißt das. War das ich? Geht aber auf. War das ich? Aua. Warum willst du aufzudriften? Du verfeckstest du Scheiße. Oh, welcher holt so eine kleine Banane. Was ist das für ein Spasti? Er hört einfach auf zu... Dir hilft denn. Meines kriegt dich nie. Ich kriege jetzt kein Item, dann hört auf zu driften. Das ist auch gut so, weil dann kriegen wir keinen Pokal. Na ja, wenn du erster und ich zweiter bist, vielleicht auch. Oh, grüne Panzer, weißt du? Ja, das ist dummer an Double Dash. Alles ist dummer an Double Dash. Das wäre meine Antwort. Ich hab grad voll gesammert. Warum erzählst du mir das? Weil die Sammer immer noch in meinem Gesicht hängt. Ey, weißt du? Ich fand früher Double Dash immer besser. Ja, ist es eigentlich auch. Jetzt weißt du, wie wir uns da am Ende abgequält haben. Jetzt haben wir schon hunderte fast alles und wir mussten noch nicht mal im Team spielen bei hundert. Komm, kann ich mal irgendeinen scheiß Starin? Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht, du. Das macht das Meerschweinchen da eigentlich im Hintergrund. Sag mal Bescheid. Bescheid. Hä? Warum soll ich das sagen? Jetzt wird er ankommen, meine ich. Hast du geschossen? Alter, ein blödes Arschloch! Alter, 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 fahr du Penis. Alter, wenn ich jetzt noch sterbe, ich war die ganze Zeit Erster. Da ist gar kein Staripanzer gestoßen. War auch kein Staripanzer, hab ich nie gesagt. Ja, was denn da? Ein Pfadensie. Ein Panzer. Ein Pfadensie. Ein Pfadensie. Alter, wenn ich jetzt noch sterbe, ey. Fahr, du blödes Arschloch, fahr. Ein Pfadensie. Die Presse. Ein Pfadensie. Was habe ich eigentlich gerade für einen komischen Namen geschrieben? Du hast einen Namen geschrieben. Ich habe nicht mein Item. Und ich fahre da auch noch ein. Alter, wenn ich jetzt noch sterbe. Komm, Pfadensie. Nein, nicht dagegen, die Pfande. Gott, nein! Ja! Nein! Ich muss kurz das Mehrschwanz hier probieren. Ich habe mir gerade selber ins Auge gefasst. Weißt du, wie das geht? Das geht so. Aua. Okay. Ich werde kurz eine musikalische Darbietung machen. Danke. Entschuldigen Sie diese kurze Wartezeit. Puh, ich habe es gerade noch geschafft. Sehr knapp. Damit haben wir jetzt alles abgeschlossen. Und das erfreut mich sehr. Wenn ich jetzt auch noch die Busch als Alphabet könnte. Das war ganz schön Nerven aufreiben, oder? Der Hannesboot. Hannesboot. Johannes wurde es gerade in... Alter! Oh nein, wie schlimm. Er schlägt gerade das Mehrschwändchen zusammen. Ich habe mir das richtig guter. Ich habe mich auch nicht mehr auf den Kopf rumhauen. Ich habe Bonk auf seinen Kopf gespielt, na und? Mann, das ist auch ein Mehrschwändchen. Tu doch ein bisschen Heu in die Raufe. Oh nein, ich kaufe keine Raufe mehr. Da bleiben die drin stecken. Scooby, auf! Ey, wir kriegen was! Die hat das Brot! Ja! Voll geil, ich habe ganz vergessen, dass man noch mal ein Fahrrad kriegt. Und Toad auch noch? Und da! Toad Card! Gibt es Toad noch vorher nicht? Hab ich auch noch? Stimmt. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Stimmt, 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 stimmt.